Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die chemische Industrie in Deutschland ist lange genug gegängig worden. Das Ganze ist doch nur dann interessant, wenn der Zusammenhang beweist was ist. Aber natürlich, da sind wir doch dabei. Daran haben Sie sich doch die Zähne ausgebissen. Wissen wir, was er jetzt vorhat? Ich werde da seit Tagen von so einem Typen belästigt, der mir anonyme Nachrichten schickt. Wissen Sie, was da industriell dran liegt? Wenn alles gut geht, beißt er an. Ja, Fabian Kreuz hier die Woche Hauptstadtbüro sprechen. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ihr seid also doch Presse. Komm raus, beide. Ihm vielleicht mal ausreden lassen. Du bist so ein Arschloch! Wir schreiben für eine stylgige Erfahrung. Für Leute, die glauben, dass Papier nie lobt. Drum, raus jetzt. Wir haben nichts zu verbergen. Und jetzt? Das heißt, wenn man alle Tricks kennt, man fällt immer wieder drauf rein. Vorschläge? Darin gehen, wo es weh tut. Das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020